Der Name der Rose, das Kulturevent in der Stiftskirche. Die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH und das Nordharzer Städtebund Theater präsentieren den berühmtesten Mittelalter-Krimi in der romanischen Stiftskirche auf dem Schlossberg. Es geht um Politik und Macht. Und eine ungewöhnliche Mordserie unter den Mönchen. Erleben Sie ein einzigartiges Mittelalter-Spektakel vor atemberaubender Kulisse. Tickets für Der Name der Rose erhalten Sie bei der Quedlinburg Information am Marktplatz, an der Theaterkasse des Nordharzer Städtebund Theaters oder online unter harztheater.de und eventim.de.